So, zurück zur Realität. Wo haben wir denn jetzt einen verdammten Haken? Ich muss mir auch noch weiter zurück. Kann sein. Diesen Eingang hier, den haben wir ja eben auch schon vortrefflich übersehen. Und daher ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir noch irgendwo was übersehen haben. Also hier sehe ich gerade nichts. Hier sehe ich gerade nichts weiter. Gut. Also nicht so gut, aber nun ja, müssen wir wohl mit leben. Dann gucken wir mal hier in den Kühlschrank vielleicht. Einen guten Spadlin-Kühlschrank. Nee, nicht so. Hier irgendwo in die Ecke. Kamen wir da her? Kamen wir da her oder kamen wir da her? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ah, nee. Ich dachte eben, das sei hier der Durchgang, der Hälte, wo wir kamen, aber nee. Dann bin ich nicht. Noch irgendwas anderes. Gut. Hier gibt es auch wieder Werkzeug. Ganz viel Zeug, was man nicht verwenden kann. Bevor ich da weitergehe, ich mache hier kurz links und rechts. Nichts. Hier ist nix. Ah, es wird bestimmt irgendwas sein, was uns dann anleuchtet oder so, hoffe ich mal. Der Haken. Hier kommen wir. Hier kommen wir. Doch, hier kommen wir durch. Kommen wir tatsächlich durch. So, so. Und? War da nicht was? Da! Da! Da leuchtet was. Ach, das ist aber nur die Verbindung. Das ist die Verbindung, für die wir den Haken brauchen. Das ist ja nicht so gut. Naja, aber immerhin. Immerhin sehen wir das von hier aus schon. Und hier, hier kamen wir aber... Ja, oder? Die Mine. Die Mine. Aha. Aha. Interessant. Ich stecke fest. Die Mine. So, so. Ich bin total verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wo wir lang müssen. Gucken wir einfach mal weiter. Im Moment hat sich die Musik sogar ein bisschen beruhigt. Das ist ja sehr, sehr beruhigend. Sehr schön. Mhm. Das heißt für mich, dass wir hier einfach mal ein bisschen abschimmeln können. Und mal ein bisschen in Ruhe suchen. Mhm. Das wird bestimmt funktionieren. Da hängt wieder ein Kollege. So, sind wir jetzt hier irgendwie... Speeder? Was hat das hier denn? Ja, verstecken im... Im Blut hier. Ja, geil. Ein fassvoll Blut. Da möchte ich als allererstes natürlich mal reinspringen. Ist klar. Aber die Fliegen sind hier schon laut. Da, hier, dort. Boah. Ekelhaft. Aber hier finden wir bestimmt was. Alter. Aber wenn wir hier keine Haken finden. Ja, ja, ja. So, was sagt er uns denn? Mal gucken. So, bis wenigstens ein bisschen ruhiger. Spielen wir mal. Und Haken. Ach so, das war's schon. Na gut. Ja, Haken. Das ist gut. Ich möchte mal ganz kurz hier noch in die Ecke gucken. Wo wir das vergessen. Hier. Hier ist aber nur ein zues Tor. Ein zues Tor. Okay. Alles klar. J2D. Wie eben hier weiter. So, darunter. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Oh, Mist. Ah, vielleicht ist es nicht die einzige. Also, sind wir wieder draußen? Oh, diese Fliegen. Ja, ja. Wir sind hier irgendwie... Genau. Ja. Irgendwie einmal um die Ecke gegangen. Da ist zu. Kamen wir aber her, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Hier sind wir eben reingegangen. Ja, komm. Dann machen wir es eben. Und hui. Jesus. Ach so. Ach. Ich habe Angst, dass ich eine Fliegenfläche habe. Ja. Besorgt euch noch heute euren Spadlin-Kühlschrank. Damit euch so etwas nicht passiert. Mhm. Das ist die beste Werbung. Ich glaube schon. Das ist ein bisschen ekelhaft. Das... Haha. Da wedelt er schon mit der Hand. Dass dieses Fass da auch steht, ne? Das ist kein gutes Zeichen, glaube ich. Mal kurz gucken. So. Batteriet hätte mir auch gut gefallen. Natürlich ein Haken. Hier ist aber... Nix. Ein Rucksack, aber ne. Irgendwie ne. Kennst Outlast 2 noch nicht? Ja, das ist gut. Das ist gut. Dann kannst du ja mit mir raten. Einfach. Mhm. Ich habe immer noch nicht darauf geachtet, ob der Chat eingeblendet wird im Video. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Aber... Fähird mich trotzdem interessieren. Ob es jetzt vom letzten Mal noch funktioniert oder nicht. Kannst ja auch mal drauf achten. Und mir Bescheid sagen. So. Eine altertümliche Schubkarte. Irgendeine... Hier müsste es ne Batterie geben. Auf jeden Fall. Ist das unfair, dass da keine liegt? Muss es irgendwas geben? Definitiv. Da können wir was machen. Ja. Da können wir gleich was machen. Da ist... Da ist der Haken. Ganz recht. Ja, 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 ja. Mhm. Mhm. Okay. Ich gucke mal ganz kurz. Hier ist auch nichts drin. Kein Verband. Ist ja echt fies. Hier können wir nicht durch. Hier ist sein Dank. Na dann machen wir mal das hier. Und jetzt den Haken her. Durch die kaputte Scheibe. Ja. Ja, 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 ja. So, das müsste... Ich nehme ihn mal schnell. Ist das ein großer Haken? Wo? Wo? Kommen die von da oder kommen sie... Kommen sie von hier. Ich glaube, ich würde uns fassen. Das ist zwar ekelhaft. Da ist jetzt zu, ne? Da. Alter, nein. Da ist jetzt zu. Gut, dann brauche ich mich vielleicht auch nicht verstecken. Wir gehen nochmal eben gucken. Mhm. Nein, 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 nein. Können natürlich mal freundlich anklopfen. Wollen wir mal rausgucken. Ja, oder da. Ja, 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 ja. Das ist natürlich die Möglichkeit. Oh shit, finde ich jetzt den Weg zurück. Boah, ist das laut. Das ist laut von den fucking Fliegen. Ich laufe einfach mal. Nein, 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 nein. So, wo haben wir denn her? Hier, 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 hier. Da kommt sie bestimmt nicht durch. Dann steht sie hier. So, das ist gut. Das ist gut. Ja. So, war das jetzt... Hier, ich... Weiß ich nicht. Äh, hier. Geht, 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 geht. Nein, hier kamen wir... Scheiße. Ich glaube, hier kamen wir her, oder? Also ursprünglich. Verkupsen wir jetzt hin. Dann müssen wir doch da entlang. Das war diese erleuchtete Brücke jedenfalls. Nein. Hier waren wir schon mal. Ja, hier war das Fass, wo wir uns versteckt hatten. Ja, wir müssen da bestimmt wieder zurück. Ja, 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 ja. Ja, ist sie. Was soll ich sagen? Ja, um die Ecke kommt. Aber auf jeden. Oh, shit. Oh, Herr. Nicht hier. Ah, fuck. So, dass man hier... Ah, dass man hier nix sieht, wenn man sich hier hin auch... Ja, ja, ja. Ich habe da was leuchten gesehen. Ich glaube, da war sie. Was auch so langsam ist, wenn er kriecht. Hier kann ich, glaube ich, aufstehen. Hm. Ja, und dann da lang und dann irgendwie links oder so. Oder da, da, da lang. Ah, da leuchtet es. Nein. Fäck dich schon mal. Das kannst du noch nicht machen. Aua. Was? Ich dachte, die war da hinten. Da war sie auf einmal da. Scheiße. Ah. Sieht die wieder hier. Ja, 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 ja. Okay, pass auf. Oh. Jetzt ist eine frische Batterie getrickt. Kann man das halt... Oh, sie kommt. Kann ich denn vielleicht einfach laufen? Einmal hier rum. Einmal hier rum. Ja, 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 ja. Und dann hier so. Nee, hier hinten. Da. Weiß ich nicht. Scheiße, ich glaube, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich bin so unkonzentriert. Nee, 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 nee. Komm, wir hauen hier einmal... Da, da, ab. Da, 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 da. Komm schon, komm schon, schon. Wir hoffen mal, dass sie da nicht durchkommt. Fußspuren auch, ne? Okay. Die Musik sagt, hat geklaut. Heiliger Boden, ja, heilige Scheiße. Ups, ich wollte noch gar nicht durch. Aber egal. Gehen wir hier entlang? Kommt hier gleich um die Ecke, Scheiße. Das ist auch, glaube ich, extra so gemacht, dass sie immer irgendwie total nah klingt, oder? Egal, wie weit sie weg ist, ja, ja. Das ist einfach in unserem Kopf. So. Neuer Versuch. Irgendwo da. Irgendwo da. Genau. Und dann hier. Ja, 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 ja. Hier, genau, 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 genau. Ich gehe einfach mal normal schnell. Ah, hier ist jetzt aufgemacht. Aber da waren wir, da waren wir. Glaube ich. Durch die andere Tür reingegangen mal. Ja, 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 ja. Okay. Okay. Wir sind wieder... Wir sind richtig. Wir sind richtig. Wir haben doch hoffentlich eine Haken. 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 Vielleicht ist ein Zaun nicht aufwärts. Ist mir shit egal, was er meint. Wir machen jetzt das hier. Und dann die Kette. Nein, 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 nein. Wir machen mal eine Stelle hier. Komm, komm, komm. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Schnell leer. Schneller, 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 schneller. In die Fresse. Sehr gut. Keep moving. Das ist eine gute Idee. Ich sage nicht, dass es eine gute Idee ist. Es ist eine Idee. Äh, ich glaube, auf der anderen Seite von diesem Tor, mhm, deswegen das mit dem Zaun, ist das, was er meinte. Da standen wir schon mal und da meint er hier, ja, hier ist Mine. Mal gucken, ob das so ist. Das ist die Mine. Ja. Wo die... Okay. Wo die... Die Herzen sind... Das ist, wo sie dann haben. Mal gucken. Ah, jetzt... Jetzt sehe ich es auch. Ja, ja. Ach so. Na dann, äh, wo denn hier? Da. Ist das hier ein... Ist das hier ein Weg? Old Mine. Das ist kein Weg. Ich behaupte, es ist kein Weg hier vielleicht. Heieiei. Was ist das für ein komisches Schild dann? Ist wahrscheinlich zerstört worden oder so. Eingestürzt. Ich nehme mal ein Schlückchen. Auf euch. Ja, was meinst du? Ich etwa? Schlafen kann ich nicht mehr. Ja, ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, mal gucken, wenn wir hier gleich unsere Freunde in der Mine treffen. Dann geht die Party ab. Hier geht es schon los. Ja, 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 ja. Da können wir... Können wir unseren unsichtbaren Freunden hier etwas predigen? Gucken. Ein Brief, wie es aussieht. Mal schauen. Liebste Marta. Meine meistgeliebte... Weißt du was? Ich mach mal so vielleicht. Liebste Marta. Meine meistgeliebte, vertrauteste, meine intime Gefährtin. Seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dich des Mordes sündig gemacht zu haben, doch erhöre mich. Du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du deinen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist nicht du schuld, wenn er ein Kind angreift. Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist du schuld an ihrem giftigen Biss. Bist du nicht schuld an ihrem giftigen Biss. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du... Moment, ich muss mich ein kleines bisschen leiser machen. Dieses Monitoring auf den Ohren. Ich weiß nicht, ob ich da ein Fan von bin. Das ist ein bisschen ablenkend. Ich muss da noch ein bisschen was tweaken, glaube ich. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du nicht schuld an jedem Unschuldigen, der brennt. In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so gilt. Jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feinde sein könnte, wäre durch Trägheit ermordet. Denn der Feind ist wild und giftig und ein hungriges Inferno. Halte durch, stoße das Messer. Du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Tempelgate dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe. Dass Gott dich liebt. Nof. Aha, so. Der Nof. So, so. Okay. Mal ganz kurz was machen hier auf dem Aufnahmerechner. Merkt ihr gar nicht? Hättet ihr gar nicht gemerkt? Hätte ich nichts gesagt. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ach so, das geht gar nicht so, wie ich das gerne hätte. Jetzt glaube ich. Einen Moment. Dauert nur eine Sekunde. Dann bin ich gleich wieder für euch da. Hier einmal. Jetzt ist bestimmt gleich der ganze Sound weg oder so. Ich kenne das doch. Ich kenne mich doch. Hier. Und Game mache ich mir auf die Ohren. So, und ich hoffe, ihr habt jetzt trotzdem noch Sound wie gehabt. Sound wie gehabt. Gut. So, dann gucken wir mal weiter. Jetzt höre ich mich selber nicht mehr auf den Ohren. Das ist vielleicht sogar ein Vorteil. Zumindest mit den offenen Kopfhörern ist das sowieso eigentlich besser so. Da muss ich mich nicht zwingend selber hören. Wie es dann in VR wird, weiß ich noch nicht. Dafür wollte ich das eigentlich mal ausprobieren mit dem Monitoring. Da muss der Delay, die Latency noch ein bisschen geringer werden. So, ist das jetzt der Eingang zur Mine? Ich vermute es. Und die ganzen Kreuze, die verheißen natürlich nur das Beste. Können wir hier rein? Nein, da ist ein Schloss. Achso, können wir da vielleicht hochklettern. Ernsthaft? Achso? Warte, warte. Das war bevor ich sie hängen. Warte, warte. Nein, nein, nein. Schlafe weiter. Das will ich jetzt hier aber auch mitnehmen. Das will ich erleben. Das ist ein geiles Thumbnail. Das brauche ich unbedingt. Jessica, Jessica. Können wir denn? Können wir garantiert nicht. Doch, können wir. Oh. Ha, 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 ha. Wahrscheinlich können wir da nicht, wa? Nirum. Achso. Hier ist dieses komische Nirum-Logo. Hier können wir nicht lang. Natürlich. Da, wo es hell ist, ist versperrt. Ja, und hier? Hier können wir auch entlang. So, so. Ah, so. Na, dann gucken wir doch mal. Blockiert. Hm. Hm. Ich will erst mal da gucken. Ob es da auch noch irgendeinen Raum gibt. Keine Ahnung, wo wir jetzt lang sollten. Hier ist dunkel. Hier können wir durch. Ist doch klar. Alter. Nein, 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 nein. Jesus, helf mir. We are loved. Ist das ein Raum, wo wir schon mal waren? In einer früheren Vision oder Traum oder wie auch immer man es nennen mag? Fragezeichen? Ja, ja, ja. Es biebt, es biebt. Ich weiß. Hier liegt nix, ne? Äh, da kommen wir her, natürlich. Weiter, weiter ins Dunkel. Da ist etwas. Danke, Blake. Sehr, sehr, sehr großzügig von dir. Okay. Also. So, so. So, so. Like, Lynn and Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the hangman somewhere. For Lynn to find. So, so. So, so. Ja, dann gucken wir vielleicht mal, äh, die anderen Räume durch. Haben wir denn noch Batterien? Ja, haben wir. Woher haben wir denn so viele Batterien? Und jetzt vielleicht hier nur in unserem Traum extra. Äh, so. Äh, ansonsten wären wir hier wahrscheinlich ziemlich verloren, war, in dem Abschnitt. Oder haben wir echt so viele Batterien gefunden in der Zwischenzeit? Es soll nicht solche Geräusche machen. Da war doch was. Alles hier. 128 B. Okay, ach so. Genau. Da wollte ich hin. Na. Was war das hier? Das frage ich mich auch. Ah, der Chat funktioniert. Das habe ich eben gesehen. Sehr, sehr gut. Au, ist gezeichnend. Ich reload mal, oder? Ähm. Ich glaube, wir sind einmal im Kreis gegangen. Habe ich die Tür echt eben übersehen? Naja, gut, dann gehen wir halt. Boah, ich will mich gar nicht umdrehen, ne? Gehen wir halt mal wieder zurück. Ja, gehen wir mal in den anderen Abschnitt von dem Gebäude. Ich, ich laufe mal nicht. Ich laufe mal nicht. Wir genießen das jetzt einfach mal gemeinsam, oder? Mir wurde gesagt, es wird irgendwann noch so ein bisschen mindfucky. Das mag ich ja an sich, ne? Aber naja. Es kann natürlich auch irgendwann zu schlimm werden vielleicht. Es ist zu ruhig. Es ist zu ruhig. Alles gut. Alles gut. Wollen wir da lang? Ne, komm, erstmal hier, oder? Stopp. Okay. Die richtige Musik? Ja, hier könnten wir auch durch. Die richtige Musik an der richtigen Stelle kann ein Spiel richtig beängstigend machen. Aber die richtige Stille an der richtigen Stelle ebenso. Mindestens genauso. Aha, das ist nur, ja, ja. Das andere Ende von diesem Gang, den wir eben gesehen haben. Jetzt ist die Hose voll, ja, ja. Ich muss unbedingt irgendwie dann auch mal den Chat mit aufnehmen für die Aufnahme für YouTube später. Das habe ich jetzt gerade nicht am Start. Ja, 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 da ist die andere Hälfte. Ich will mal ganz kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier ist aber nichts. Hier wird es nicht durchgehen, da ist nur auch derselbe Raum. Ähm, ja. Prinzipiell, ja. Aber ist zu. Okay. Okay. Ah, und das ist ein Projektor, deswegen auch die Folie, ne. Wir müssen die da jetzt irgendwie davor hängen oder so. Ja, 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 ja. Ja, unser Protagonist mit der akkuraten Frisur. Äh, was? Oh, bleh. Mhm. Äh. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Was geschieht, wobei... Hm. Steht eigentlich nicht an der richtigen Stelle. Ah, wir können hier doch bestimmt schieben, oder? Ja, ja, ja. Der Overhead-Projektor. Ja, guck mal. Ja, ja. So wird's gemacht. Voll geil. So, und jetzt? Äh, mal gucken. Un... For... Unfor... Unforgivable. Unforgivable. Äh. Unverzeihlich. Nicht zu verzeihen. Und wir müssen das Ganze noch ein bisschen nach vorne schieben. Ja, 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 ja. Unverzeihlich, genau. Ja. So kann man's sagen. So kann man's sagen. Und nun? Können wir das aufnehmen? Boah, ist auch so extrem hell im Vergleich zu dem Rest hier, ne? Dafür bräuchte man jetzt HDR, ne? Damit man genau sowas abbilden kann. Das ganz Helle und das ganz Dunkle. Ah. Ja, ich schätze mal... Wir gehen nochmal zurück. Raus. Hihihi. Ja, 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 ja. Vielleicht hätten wir da auch noch irgendwas machen sollen. Keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Vielleicht ist da vorne jetzt ja offen oder so. Hm. Nö. Ist immer noch zu. Immer noch zu. Ich geh mal ganz kurz hier gucken. Ansonsten müssen wir echt nochmal zurück und gucken, ob wir da etwas machen. Was ist denn los, Junge? Außer Atem, oder was? Fängt er hier auf einmal an zu stöhnen. Ähm, nee, ist immer noch blockiert. Nee, komm, dann müssen wir, glaube ich, nochmal zurück. Ich hab was verkackt. Oder hier? Können wir jetzt hier... Ah. Ah. Ich lad mal nach. Wie sie einfach so ganz still ist. Und dieses... Dieses Klacken, so echoed, ne, im Raum. Krass, krass, krass. Hm, 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 hm. Scheiße, es lacht zurück. Wie? Okay. Fuck. Ich komme hier nicht durch. Da war was. Nein, 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 nein. Verschlossen, natürlich. Äh, 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 äh. Werde ich doch da lang? Das ist so geil. So geil, so geil. Ach, war lokal. Ach, oh, 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 oh. Ach, Mann. Ah, 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 ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Er nimmt mir die Worte aus dem Mund. Alles gut. Alter, ihr seid so schön. Ihr seid so ein Gewinn. An Ästhetik. Hier, Batterie, Batterie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin, ich bin, äh, ich bin total perplex. Was geschieht hier? Texteditor. Ja. Ja, geht so, geht so. Okay. Hier wird doch irgendwas geschrieben, bestimmt, oder so. Eine Nachricht für uns, oder sowas, aber... Hab ich jetzt nicht gesehen. Das wollte uns jetzt auf den, auf den, auf den Raum hinweisen. Wenn ich jetzt hier nochmal hingehe, dann ist er vielleicht tot, oder so. Hm. Ei, ei, ei. Bei mir geht's noch, bei dir? Ne, wir müssen ja irgendwas machen, garantiert. Aber was? Kann ich einmal filmen? English Dictionary? Rechner ausstöpseln. Er ist gar nicht angeschlossen. Ein Geister-PC? Wie kann das sein? Äh, was? Chassis 95. So, so. So soft. So soft. Okay. Ah, hier. Hier können wir was machen. Aber was nutzt du's denn? Haben wir da was freigelegt? Nö. Okay. Wir schieben mal weiter. Hä? Oder, äh, hä? Oder können wir hier irgendwo... Irgendwo hoch? Ah, wir können auch hier bestimmt... Hier. Ah, da ist was. Ah, wir können den auch in eine andere Richtung schieben. Ah. Ja, 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 ja. Boah. Läuft. Merkt ihr das? Es läuft. Hier. So machen wir das. Hm. Ganz viel Schleue. Haben wir's geschafft. Ah, okay. Diese Schrauben hier, das... Die sind ein Sicherheitsrisiko. Ich bin, ich bin bei dir. Solange du bei mir bist. Gerade ist hier was. Ernsthaft? Oh, ey! Ja! Ah! Ah! Oh, 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 oh.